ein herzliches bonjour nach berlin an kathrin müller vom spiegel grüße sie guten tag drei minister eine staatsministerin die csu entsendet personal sind sie damit zufrieden oder überrascht ich bin nicht zufrieden weil ich es wichtig gefunden hätte dass auch eine frau ministerin wird ich finde selbst bei der csu die ja jetzt das wort feminismus nicht besonders groß schreibt dann wäre es zeitgemäß gewesen da etwas mehr zu tun als nur eine staatssekretärin zu entsenden die ja leider nicht wirklich was entscheiden darf sondern eben nur koordinieren soll und wo sogar die cdu gestern schon getwittert hat moment mal unser herr braun wird aber zuständig sein und sie darf ihm dann zur seite stehen also das finde ich dann doch sehr enttäuschend okay aber sie ist staatsministerin ist da ein riesenunterschied zwischen staatsministerin und staatssekretärin staatsministerin dann habe ich mich versprochen ist jetzt auf jeden fall ein riesenunterschied zu ministerin und das ist mein problem ja gut das verstehe ich aber wir müssen das ist ja jetzt im grunde genommen schon wieder fast geschichte das ist gesetzt das haben wir wohl verstanden ihre kritik aber wir dürfen jetzt mal über die spd reden also das mitgliedervotum ist ja durch dann hat man gesagt erst die inhalte dann das personal jetzt kann man aber mit der spd immer noch nicht über das personal reden oder können sie in berlin irgendwie doch hinter den türen mit denen reden reden kann man immer man erfährt halt noch nicht die finale liste weil man eben noch verschiedene szenarien hat es geht tatsächlich noch darum was wird aus sigmar gabriel kann er aus ja gute frage also ich würde vermuten dass er nichts mehr wird natürlich versucht er und sein sehr starker landesverband niedersachsen eben durchzusetzen dass er außenminister bleiben kann daran entwickelt sich dann sozusagen der rest bleiben wir noch ganz kurz bleiben wir noch ganz kurz bei gabriel wenn wir schon dabei sind er wird nichts also das warum denn jetzt letztlich nicht was was hört man denn naja also er hat sich einfach sehr unbeliebt gemacht immer mal wieder er hat es dann sozusagen vorgezogen nicht anzutreten als kanzlerkandidat hat dann schulz vorgeschickt hat wir wissen alle wie das ausgegangen ist und dann hat er noch den todesstoß jetzt versetzt mit seinem zitat mit dem mann mit dem gesicht in den haaren und ob er jetzt wusste wie sehr das nach hinten losgeht oder nicht ist jetzt also kann man kann kann nur er wissen eigentlich aber klar ist eben dass da auch die letzten wussten okay er kämpft nur für sich und das hat ihm eben viele kritiker eingebracht weil auch bei leuten die eigentlich finden dass er gerade als außenminister ganz gut gearbeitet hat ja der mann mit den haaren im gesicht damit war schulz gemeint nun also sie rechnen damit dass er dann quasi neben schulz im parlament sitzen wird mehr nicht mehr oder ja warum eigentlich nicht also politik ist immer ein geschäft auf zeit auch wenn man das manchmal vergisst weil eben viele dann sehr lange in verschiedenen funktionen sind aber er hat sich dazu selbst entschieden auch damals das eben nicht selbst zu probieren und dann muss er jetzt auch mit den konsequenzen leben und wer immer seine tochter vorschickt um irgendwelche bösen zitate in die welt zu setzen vielleicht hat er dann auch nichts anderes verdient vielleicht ist das dann in der bundestagsrede ganz witzig manchmal kann es ja witzig sein wer wird denn jetzt außenminister was hören sie denn also es sind mehrere namen im gespräch entweder eben sigmar gabel selbst was ich aber nicht glaube dann heiko maas oder auch katharina barley ich finde das auch ganz schön natürlich qualifikation ist wichtig will jetzt ich sagen immer nur eine frau aber eine außenministerin finde ich sehr schön und ein gutes zeichen gerade nachdem die csu ebenso wenige frauen ansandt hat und ob jetzt heiko maas oder katharina barley mehr erfahrung auf dem gebiet hat ich glaube da tut sich nicht viel insofern fände ich wäre das eine gute lösung mal davon abgesehen hat heiko maas als justizminister ja sehr gute arbeit geleistet es wäre also jetzt keine schande wenn er das bliebe also zwei juristen und eine juristin die eventuell nachrücken könnte falls heiko maas dann doch wechselt ins außenamt dann könnte katharina barley also diese zwei sind ja gesetzt das ist ja klar dann ist wohl anscheinend auch klar der hamburger bürgermeister der finanzminister werden soll oder ist das schon wieder unklar ne olaf scholz wird finanzminister gehe ich zumindest fest von aus ja und wer wird sonst noch was also da ist noch die ostquote und man muss irgendwie das ganze land abbilden frauen was hören sie barbara hendricks hat auch einen sehr guten job gemacht wird auch relativ wahrscheinlich gehalten dass sie umweltministerin bleiben kann und dann gibt es ja auch diesen wunsch nach verjüngung wie in allen anderen parteien und erneuerung und neuen gesichtern und da gibt es ehrlich gesagt einige kandidaten die da in frage kommen sowohl bei den frauen als auch beim thema osten und also gibt auch frauen die aus dem osten kommen sagen sie mal franziska giffey zum beispiel die ist die nachfolgerin von herrn buschkowski als bürgermeisterin von neukölln das wäre eine möglichkeit das wäre eine interessante junge möglichkeit das noch mehr frau schwesig frau högel solche namen werden ja auch genannt genau frau schwesig hat glaube ich gerade ein ganz gutes amt das jetzt nicht sofort wieder ausge aufgeben wird um sozusagen wieder bundesministerin zu werden was ja schon war sie ist ja jetzt ministerpräsidentin in mecklenburg vorpommern aber noch zu frisch und noch zu frisch genau ich glaube das will sie auch einfach weitermachen um dann eventuell später auf andere ämter zu schielen und frau högel ist eine gute weil sie ist allerdings nicht wirklich aus dem osten sondern halt nur in berlin jetzt im wahlkreis ganz kurz noch zum schluss über diejenigen die jetzt noch in amt und würden sind auch nur kommissarisch aber die gehen sollen und gehen müssen also da ist zum beispiel thomas de maizière bei der cdu und hermann gröhe was wird aus denen haben sie was gehört werden die irgendwie versorgt gehen in ruhestand was ist da los also die werden beide wenn sie möchten sicherlich irgendwelche ämter in der wirtschaft finden können bei thomas de maizière weiß ich es nicht da hört man auch schon mal dass er vielleicht dann doch in ruhestand geht herr gröhe ist noch etwas jünger soweit ich richtig informiert bin und hat sicherlich auch noch ambitionen herr kauder wiederum ist etwas älter der fraktionsvorsitzende cdu vielleicht gibt es da irgendwann einen wechsel aber das steht noch in den stern haben sie ein interessantes paar aufgestellt gröhe und kauder wir sind gespannt wie das weitergeht dankeschön für diese hintergrundinformationen aus der hauptstadt an katrin müller vom spiegel gerne danke